So Leute, herzlich willkommen zu Kirby and the Amazing Mirror. So, wir waren hier stehen geblieben und scheiße, ich bin so ungewohnt in dieses Spiel jetzt drin. Ich weiß nicht wieso. So, okay. Oh, verdammt! Das ist ein bisschen schwierig hier. Okay, Bumps. Geil, warte mal. Scheiße, da kommen wir gar nicht hin. Alter, ich komme da auch gar nicht mehr runter, ne? Scheiße. Oh, scheiße. So. Bama, Alter, verpisst euch mal. Alter, verdammt! Scheiße. Okay, ist ein bisschen schlecht. Natürlich schlecht jetzt. Verpisst dich. Mann! Okay, hau mal ab. So. H-Knight, komm her. Ich möchte ein Schwertkämpfer sein. Das ist doch voll geil, bestimmt. Das ist nice. Ähm, verpisst dich bitte. Alter, wie komme ich da hoch? So, okay, perfekt. Saugeil. Auch verpisst dich bitte. Oh, scheiße, Alter. Diese hässlichen Viecher, die folgen mich. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Aha. Schnell benutzt auch Figgy. So, kommt mal her, Leute. So, ich ruf euch mal an. Brothers, geht mal auf die andere Seite. Hallo, geht auf die andere Seite hier hin. Genau. Dankeschön, Brother. So, verpisst dich, du Arschloch, Alter. Scheiß Assi. So, wohin? Wohin entlang? Genau, wir gehen nach oben. Äh, müssen wir zum großen Waddel, du? Wie komme ich da durch jetzt? Wie geht das? Wie komme ich da durch? Wie, wie geht da? So. Okay. Alter, voller Kack. Bämst. Genau, das ist schön. Nein! Ich möchte einen Schatz haben. Döp, döp, döp. Okay. Schill deinen Arsch, Alter. Fick dich, du großer Waddeldi. So. Nee, den krieg ich gar nicht mehr. Sau, der Scheiß. Ähm. Ist jetzt ein bisschen schlecht jetzt, ne? Ähm, kann ich da rein und komme wieder zurück? Natürlich nicht. Es fehlt mir auf jeden Fall was Wichtiges. Es geht nur hier entlang. Ja, perfekt. Mann! Aber ich komme wieder zurück auf jeden Fall. Das ist nice. So. Lass mich jetzt durch. Döp, döp, döp. Das ist doch unmöglich, Alter. Hm. Äh. Wie wollen wir das am besten machen? Das ist unmöglich, Alter. Äh. Wie soll das denn gehen, bitte? Ach so, bitte blöd. Bisher bekommen wir wohl diese Fähigkeiten hier. Warum wohl? Dass wir sie auch benutzen. Genau, warte mal. So, genau. Perfekt, wir haben's. So, voll geil. So, bams. Piss dich, du assi. Ah, das kann man kaputt machen, oder? Ne, ich glaube nicht. So, aber ich kann da hoch, glaube ich jetzt. Sau geil. Okay, und hier geht's weiter. So, verpiss dich. Werdel, du. Hier geht's weiter. Wo bin ich hier? Alter, scheiße. Das Viech ist saustark. So, bam. Okay, bams, weg. Damit, du, 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 du. So, verpiss dich. Grobstein, Alter. Verpiss dich. Also muss ich dich erstmal verhauen, du Bitch. Genau, weg damit. Bams. Geh weiter. Okay. Warpstein, geil. Kommen wir da ins nächste Gebiet. Ich hoffe zumindest, dass ich jetzt die 100% habe. Also bis jetzt. Wisst ihr, was ich mein? Eine Honiggalaxie, what the fuck? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich hier, Alter? Wo bin ich hier gelandet? Das ist die neunte Welt, oder so. Wo bin ich hier gelandet, Alter? Äh, okay. What the fuck? Äh. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Dass es die neunte Welt ist. So, wir können jetzt entweder nach rechts lang gehen oder nach links. Also ich geh jetzt mal jetzt nach rechts lang. Was ist das denn hier? Okay, warte mal. Okay. So, kommen wir hier durch zu nem Schatz. Saugeil. Auf jeden Fall schon mein Schatz. Saugeil. Was bringt der? I don't know. Ach, du Ficker. Ah, der macht das hier kaputt. Okay. Dann wissen wir auf jeden Fall, was wir hier zu tun haben. Ähm, okay. Weg mit euch. Aber piss dich, Alter. So, jetzt... Och, komm schon. Ich möchte jetzt da durch. So. Okay, bäms. Sau schnell, sau schnell. Geil. Scheiß auf den Pisser. Ist mir egal, was der gemacht hat. Alter, ich dachte schon, ich fliege hier runter, okay. Sagol. Oh, geil. Schatztruhe schon wieder. Sau nice. Okay. Bringt, tut's mir nix, oder? Ich glaub, das war so eher so eine... Bonus-Arena, oder? Eine Bonus-Area. Naja. Nee. Es geht hier noch weiter, okay. So. Scheiße, als Steiners ist Kacke. Was? Woher soll ich das denn wissen? So, zurück. Lass uns zurück. Ist doch unfair. Ähm. Da ist nicht umsatz im Battle, du, oder? Ich glaub, ich sollte den nehmen. Ich nehm den mal mit. Und jetzt geh ich zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig sein sollte. Nee, ist auch nicht so richtig. Warte mal, bin ich blöd. Vielleicht muss ich ja auch hier raus erst mal. Wisst ihr, was ich mein? Och, fick dich jetzt, Alter. Das ist ein Chefkoch, okay. Brauch ich aber nichts. So, von hier aus können wir wieder zurückgehen. Sehr geil. Und jetzt können wir den Schatz erst holen, Leute. Wenn ihr versteht, was ich jetzt meinen will. So. Boah, verpiss dich bitte. Genau, jetzt können wir das... Was? Was? Ach so, jetzt verstehe ich's. Das ist ein bisschen trickier hier. Okay. Schön an den Arsch, ich hab nicht mehr so viel Leben. Alter, verdammt, ich hab nicht so viel Leben. Ich brauchte ein bisschen Leben. So, Chefkoch. Genau, warte mal. Hier benutzen wir das. Genau, jetzt kommen alle hier rein und dann bekommen wir wieder was zum Essen. Genau, perfekt. Rechts aus, um mich ein bisschen zu heilen. Leute, ein bisschen aufpassen, wie ich mein Leben verschwende. So. Okay, warte mal, verpiss dich. Genau, warte mal, lass mich in Ruhe. So. Warte mal, verpiss dich. Scheiße, was hab ich gemacht? Schönerner Arsch. So. Mann, es ist so dumm. Ich komm auf das Rätsel des Lösungs nicht. Verpiss dich. Verpiss dich. Genau. Ich geh jetzt ganz zurück und dann geh ich von hier aus wieder rein und dann wieder raus. Gut. Weiter geht's, bitches. Okay. Oh, du, 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 klar. Du Assi. Oh, du bist so ein Hurensohn, Alter. Du bist so ein Hurensohn. Verpiss dich, Alter. Ist doch unfair, was ihr da macht. Genau, verpiss dich. Du kannst dich auch verpissen. Du kannst dich auch verpissen, Alter. Oder scheiß. Nein! Mann, ich hab wieder weg davon. Ist ein bisschen schwierig, Alter. Wobei, ich hab, glaube ich, eine Lösung gefunden. Warte mal. Dann geh mal wieder zurück. Dann geh mal wieder zurück. Ich kann leider kein Leben farmen. Das ist ein bisschen schwer. Weil der Koch nicht mehr da ist. So, verpiss dich. Ich hab eine Idee, warte mal. Erst wenn ich hier drin bin. Und von außen jemand jetzt hier irgendwas kaputt macht. Genau, warte mal. Kommt mal her. Warte, macht mal kaputt, Leute. Macht mal kaputt, Leute, ihr Vollidioten, Alter. Macht's kaputt. Genau, sauber, Junge. Oh, scheiße. Mann, das war knapp. Das war knapp. Das muss man einfach so sagen. Das war auf jeden Fall die beste Lösung. Oh, scheiße, Alter. Chill mal den Arsch. Aber wir haben wieder Leben bekommen. Sau geil. Okay, ich versuche das jetzt nochmal. Ist ein bisschen schwierig, dieses Rätsel hier. Das muss man den lassen, den Leuten. Den Entwicklern. Okay, verpiss dich. So. Bämst. Okay, verpisst du dich auch. Sehr gut. Sehr geil. Verpisst euch. Okay. Mann, seid ihr blöd. Was mach ich? Nein. Mann, ich hab was alt gemacht. Ich wollte es doch gar nicht. Mann, ich wollte es doch gar nicht. Sau unfair. Mann, ich wollte es doch gar nicht. Nein. Nein. Aaaaaah. Sau der Kack. Sau der Kack. Hab keinen Bock mehr. Oh Gott. Kannst mich mal, Alter. Kannst mich sowas von mal, Alter. Kannst mich sowas von am Arsch. Mann, so ein Scheißspiel. Oh Gott. Das ist beschissen. Was ist so ein Scheiß. So ein Scheiß hab ich nur den Bock. Verpisst euch, du hoheren Sohn. Oh, verpisst euch, you motherfucker. Oh, der Fäcker. Hau'n wir ab, Alter. Sau der Scheiß, Alter. Mann. Ich hasse das langsam, Alter. Sau der Kack. Oh Gott. Hier muss ich wieder dorthin laufen. Das ist so scheiße. Oh Gott. So. Als ob das so schwer ist, Alter. Mein Gott. So, verpisst dich, du hoheren Sohn, Alter. Genau. Perfekt. So. Und jetzt nach oben lang. Genau so, Bitch. Verpisst dich von dem Thron. Genau, Alter. Oh. Armen wir ab sofort. Ich hau' ab, Alter. Ich hab keinen Bock mehr langsam auf den Scheiß hier. So. Genau. Was haben wir denn den ganzen Scheiß nochmal machen? Aber ich hab, glaub ich, nicht so viel erreicht. So viel war das gar nicht. Wir sind, glaub ich, nach rechts gegangen, oder? So. Da sind wir. Wir sind nach rechts gegangen. Ja, warte mal. Warte mal nochmal. So. Nochmal. Okay, perfekt. Jetzt sind wir drin für den Schatz. Genau so. Saugeil. Bams. So schnell wie möglich da durch. Mann, jetzt fick deine Oma. Ah, das ist voll gecheatet. Saugeil. Saugeil gecheatet, Alter. Saugeil. Oh. Okay. Perfekt gecheatet, Leute. So, hier waren wir, ne? Genau, stimmt. Hier waren wir die ganze Zeit schon. Wir haben eine Lösung fürs Problem. So, pisst euch. Mann! So, weiter, 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 weiter. Kein Problem. Wir sind wieder dort, wo wir sind, also kein Problem. Mann, bin ich blöd. Warte mal, bin ich echt so blöd? Warte, ich hab ne Idee. Mann! Warte mal, wir müssen den hier in den Mund nehmen. Mann, ist es sauschwer. Mann! Warte mal. Warte, ich hab ne Idee. Warte mal. Genau, ihr Dankeschön, ihr Brothers. Saugeil. Dankeschön. Jetzt haben wir den Schatz. Nice. So. Perfekt. Geht weg. Genau. So, ich darf nicht auszusehen jetzt irgendwie weggehen. Von diesem Ort hier. Ich weiß nämlich nicht, wie man hierher kommt. So. Jetzt kann man da weiter. Nein, endlich, Bitches. Stimmt's. Warte mal, konnte man da nicht hoch vielleicht? Nee, oben ist nix. Okay. Okay. Die Bombenfähigkeit, Bitches. No problem, Houston. Genau, warte mal. Nirgends war das. Geht's lang, oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay, weiter. Bam. Lass mich in Ruhe, du Pisser. Da unten ist die Tür. Wie komm ich da hin? Geht gar nicht. Anscheinend. So, warte mal. Ist jemand Hammer? Ich glaub nicht, oder? Oh, geil. Hab ich gemacht, weiß ich nicht. Doch, jemand ist Hammer jetzt. Perfekt, warte mal. Komm her, Bro. So, komm her. Mach das mal kaputt. Komm her. Kommt doch her. Bruder. Wieso? Mach's mal kaputt. Mach doch. Bruder. Bam. Kaputt machen. Genau, sauber, Junge. Danke, Bruder. Geil. Saugeil. Ein Megaschatz, Mann. Okay. Ähm, wo sind wir jetzt? Genau. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. So, fickt euch, Alter. So, Bams. Feinstein, verpisst euch. Genau. Ja, klar. Natürlich kannst du das. Oh, du Kackfisch. Verpisst dich. Oh, und verpisst du? Stöbte? Oh, geil. So, jetzt mal wieder uns heilen. Genau, verpisst dich, du Arschi. Okay. Aber wie kommen wir eigentlich zur Honig-Galaxie? Also, wie sind wir dahergekommen? Ist ja die neunte Welt oder sowas. I don't know. So, hier geht's weiter. Genau. Wie, Kai, Zweider. Bams. Genau, Bams. Raps. Okay, Bams. Lucifer. Genau, hier. Geil, oh, Marty. Weiter geht's, bitches. Verpisst dich, Alter, du Hurenzen. So, Bam. Warte mal, kenne ich das nicht irgendwoher schon? Das kennen wir doch schon. Das war doch die Stage, wo wir waren. Kann das? Ich glaub schon. Das kannten wir alle schon. Mann! Assi! So, ab geht's zurück, dort entlang. Genau. Es müssten ja auch hier Secrets geben. Mann, fick dich. Wir sind ja hier sofort reingegangen. Wir haben endlich mal nachgeschaut, irgendwo hin. Mann, jetzt verpisst er euch. Ey, kack, Fischer verpisst euch, hab ich gesagt. So, gib mal ja. Nee, hier gibt's auch gar nix. Aber hier müsste er irgendwas geben. Denn wir sind nicht mal hier entlang gegangen. Ähm, aber wie soll man da hinkommen? Weiß ich selber grad nicht, wie man da hinkommen sollte. So, wir hatten eigentlich alles so weit. Warte mal! Wir kommen da nach oben. Okay, warte mal, das ist jetzt ein neues Gebiet dann. Das sieht auf jeden Fall so aus. Oh, geil, endlich! Ein Schalter dafür. Oh, perfekt. Es fehlen eigentlich nicht mehr so viele. Na? Okay. Da entlang geht's erst mal. Warte mal, oder hier entlang. Damit kommen wir direkt dorthin. Okay, perfekt. Dann ist es schon mal sehr schön, um den Part zu wenden. Also, haut rein, Leute. Ciao! Bis zum nächsten Part von Kirby and the Amazing Mirror. Ciao, continuere! Ciao! 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 Ciao!